Da sind wir wieder, die Bayern-Mächte! Die Kirmesgesellschaft, die Kirmesburschen und der TV-Filmar veranstalten am 06.09.2019 ihre riesengroße... Läuft das schon? Oh! Hallo, liebe Kirmesfreunde! Wir haben in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, die Filmarer Kirmes extra für euch wieder zu einer riesen Hütten-Gaudi werden zu lassen. Freitagabend stehen die Bayern-Mann auf unserer Bühne als beste Partyband 2016 und 2019. Wir sind so heiß auf Filmar, dass sie uns letztes Jahr schon eine Grußburschaft geschickt haben. Servus, wir sind... Bayern-Mann! 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 Wir gehen gerne mal den großen Schritt und sagen, wir schützen jähriger Zeit-Spiel, der kann auch Iron Maiden spielen. Bayern-Mann! Neben der Partyband spielt am Samstag ab 20 Uhr Discover. Und am Montag zum Frühshoppen gibt's das Reinhards-Gebot. Neben der Top-Partyband des Jahres wird es eine Verlosung mit einem Losverkauf von Sonntag bis Montag geben. Natürlich wird der Hammel als Hauptpreis verlassen. Aber wir haben uns eine große Überraschung ausgedacht. Wir freuen uns drauf! Eure Bayern-Mann! Die letzten Vorverkaufskarten für unseren Kirmesfreitag gibt es bei der Bäckerei Schmidt und bei der Bäckerei Lauchs hier in Vilma. An der Abendkasse gibt es nur noch 200 Karten. Bitte seid rechtzeitig da! Wir freuen uns auf euch und feiern bis die Hüte fliegen! Und wer nicht kommt, verpasst was!